Durchtrainierte Beine, definierte Bauchmuskeln und dazu ein verführerischer Blick, dem man keinen Wunsch ausschlagen kann? Immer wenn wir denken, mehr geht nicht, überzeugt uns Sylvie Mais vom krachenden Gegenteil. Nicht nur ihr Können, sondern auch ihr Körper ist ihr Kapital. Einstige Spielerfrau, Moderatorin, Model und heute auch Influencerin und Unternehmerin. Es gibt eigentlich kaum etwas, das die 42-Jährige unversucht lässt. Ihr neuestes Engagement, eine Unterwäschelinie mit der Discounterkette Aldi. Das beste Model dafür natürlich Sylvie selbst. Mit ihren blonden Engelslöckchen, dem breiten Grinsen und ihrer Topfigur gäbe es wohl kaum eine bessere Besetzung für das Shooting. Dass dem so ist, stellt die gebürtige Niederländerin auch mit ihrem jüngsten Schnappschuss vom Set unter Beweis. So viel sei im Vorhinein gesagt, aufgepasst, hier herrscht Verbrennungsgefahr. Im knappen roséfarbenen Spitzen-Dessous posiert Sylvie vor dem Spiegel und setzt ihren Körper gekonnt in Szene. Von dieser verruchten Seite dürfte sie sonst eigentlich nur ihr frisch vermählter Ehemann Niklas zu Gesicht bekommen. Doch für ihre Fans macht sie eine Ausnahme. Sehr zu deren Freude, sie überschlagen sich mit Komplimenten. Einer bezeichnet Sylvis Körper sogar als Waffenscheinpflichtig. Kein Wunder bei diesem Anblick. Irgendwie würde sich Sylvie auch gut als berühmter Victoria's Secret Engel machen. Wer weiß.